Wir hatten die Innenministerkonferenz in den letzten Tagen und was die Ankündigungen dort gezeigt haben, das zeigt, dass der Weg in immer mehr Überwachung aller Bürgerinnen und Bürger immer noch weitergegangen werden soll. Wir wollen keine Radikalisierung des Rechts, wir wollen den Rechtsstaat gegen seine Angriffe auch aus den Innenministerien dieses Landes verteidigen. Es geht um Rechtsstaatlichkeit und diese Verteidigung liegt in unseren Händen. Und es ist ja schon absurd, dass der Verfassungsschutz, der gleiche Verfassungsschutz, der erbärmlich versagt hat bei der Verhinderung und Aufklärung der furchtbaren Morde des NSO, dass dieser gleiche Verfassungsschutz nun noch belohnt wird durch die Erweiterung seiner Kompetenzen und dass dieser Verfassungsschutz jetzt auch noch in den Kinderzimmern überwachen soll. Da sagen wir, pui, das ist gegen jeden Anstand. Und es ist ja schon eine verrückte Situation. In den letzten Monaten habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, die eigentlichen Verfassungsschützerinnen und Verfassungsschützer sind nicht die Damen und Herren in den Behörden. Die eigentlichen Verfassungsschützerinnen und Schützer, die stehen hier, indem sie nämlich diese Grundrechte und Freiheitsrechte der Verfassung verteidigen. Und wir sind froh, dass auch immer wieder das Bundesverfassungsgericht dieser maßlosen Überwachungsmut der Behörden Grenzen setzt. Die Politikerinnen und Politiker, auch der Großen Koalition, denen immer wieder die Leviten ließen und sagen, hier sind die Grenzen, hier dürfen wir nicht weitergehen. Und was die Überwachung von Kindern angeht, das ist ja in Bayern schon Gesetz. Das wissen die wenigsten, weil vor ungefähr einem Jahr ist in Bayern das neue Verfassungsschutzgesetz verabschiedet worden. Und neben vielen Grausamkeiten ist dort eben auch die Überwachung von Kindern vorgesehen. Die Speicherung der Daten von Kindern ist sozusagen, oder von Personen, ist abgeburten im bayerischen Verfassungsschutzgesetz erlaubt. Die Vorratsdaten dürfen vom Verfassungsschutz genutzt werden. All diese Grausamkeiten und Eingriffe sind im bayerischen Verfassungsschutzgesetz schon verankert. Es gab ja mal einen amerikanischen, oder es gab ja mal amerikanische Präsidenten, die was Kluges gesagt haben. Ja, Franklin D. Roosevelt gehört zum Beispiel dazu und der hat mal gesagt, das Einzige, wovor wir Angst haben müssen, ist die Angst selber. Weil Angst schüchtert ein, Angst macht klein, Angst macht unfrei. Und deswegen muss es darum gehen, dass wir den Angstmachern jeglicher Couleur unseren Einsatz für eine freie und offene Gesellschaft entgegensetzen. Freiheit statt Angst.